Ich hatte schon Angst, dass ich nie mehr richtig schlafen kann. Ja, ich habe was gesucht, was mich sanft in den Schlaf bringt und was den Druck abfallen lässt. Ja, das mit den Nervogenen hilft mir sehr. Es lässt mich abends besser einschlafen. Und ja, ich fühle mich damit fit und total erleichtert am frühen Morgen. Wach zu sein, nicht mehr müde zu sein, das ist schon echt toll. Und das schlafen kann ich nicht mehr.